Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall und wir sind hier immer noch dabei die Quest für den König zu machen. Was ist das denn? Ich treffe den gar nicht und der macht mir gleich tot. Die Waffe ist ineffektiv, die ich habe. Das ist ein super Start in die Folge, auf jeden Fall. Gibt es hier vielleicht irgendwie einen anderen Weg da drin vorbei? Irgendwie muss es den ja geben? Hier, hoppla. Die Steuerung ist super. Was sind das? Ah, das ist Eingang-Ausgang, okay. Und das Rote sind wir, aber wir müssen hier runter. Und ich sehe hier gerade keinen anderen Weg. Und hier scheint es nichts zu geben. Aber wir müssen hier runter. Und wenn wir hier jetzt runterspringen, dann war es das. Ich könnte versuchen, an dem Viech irgendwie vorbei zu rennen, weil wir können nichts gegen den machen, gerade wie wir festgestellt haben. Nein, ich will nur vorbei, ja? Und dann hier lang. Such dir bitte jemand an. Hier geht es nicht weiter, oder? Ist hier eine geheime Tür? Keine geheime Tür auf der Seite. Auf der auch nicht. Auf der auch nicht. Okay. Das heißt, wir müssen hier wieder runter und dann hier irgendwie weiterschauen. Daneben. Können wir hier zumachen? Keine gute Idee. Hier, kämpf du mal gegen den Viech da. Bitte. Da kommt gleich ein Viech. Kämpf du mal gegen ihn noch. Okay, dann halt. Okay, den Magier haben wir gekillt. Gold, ein Bell. Können wir das alles mal mitnehmen. Ich hoffe, das Viech kommt jetzt nicht. Jetzt bin ich neugierig. Was ist das hier? Hier gibt es gar nichts. Vielleicht eine geheime Tür? Müssen wir mal schauen. Hoppala. Zoomen wir mal rein. Auf der Seite ist keine Tür. Toll. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mit der Maus aus dem Bildschirm gehe. Hat sich echt gelohnt, hier zu sein. Oh, ich habe mich jetzt wegen der Leiche erschrocken. Ich hatte jetzt... Oh. Irgendwo kämpft wer. Und ich denke, wir kriegen gleich nochmal eine Benachrichtigung. Vielleicht machen wir hier nochmal ein Save-Game. Auf die drei. Für den Fall, dass wir draufgehen sollten, dass wir nicht den kompletten Weg von neu machen müssen. Nicht schon wieder das Viech. Wir gehen den anderen Weg. Ähm. Ja, ja. Du mich auch. Toll. Komm. Hilf dem doch. Leerung ist manchmal echt super. So. Das hier ist aber echt ein Labyrinth. Ja. Mal schauen, wo es hier hingeht. Wir sind hier wirklich in einem Labyrinth jetzt. Aber hier geht es runter. Wieso treffen wir den jetzt nicht? Aua. So, den haben wir jetzt auch. Da kämpfen diese zwei Viecher wieder. Aber. Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht bemerkt. Gegen den will ich jetzt ungern kämpfen. Vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Save-Game auf die drei. Ja. Schnell an dem vorbei, bitte. Alter, was ist das denn für ein Irrgarten? Wo muss ich hin? Ernsthaft jetzt? Nee, hier geht es auch nicht weiter. Gegen den will ich jetzt auch nicht kämpfen. Ja, komm, gegen den können wir. Autsch. Wieso treffe ich den jetzt nicht? Sorcerer. Gold. Äh, you cannot carry any more stuff. Das können wir noch. Okay, den Rest können wir nicht. So, wo geht es jetzt aber weiter? Hier nicht. Aus dem Weg. Alter Schwede. Also schon irgendwie hierhin. Gehe ich von aus. Oder hier. Hinter mir. Da müsste es... Da war der Weg. Nein. So, das laden wir nochmal. Ne, gegen dich will ich nicht kämpfen. So, wo war denn der Weg nochmal? Irgendwo hatten wir den. Irgendwo, nicht hier. Hier auch nicht. Da haben wir den. Da war die geheime Tür irgendwo. Wir gehen mal da lang. Autsch. Bitte nicht. Äh, schnell. Oh, aus dem Weg. Keine Zeit. Wir haben es nach ganz unten geschafft. Nice. Äh, hier schnell. Savegame. Auf die drei. Nein, wir machen vielleicht eine vierte. So. Weil ich für den Fall äh Den da müssen wir bekämpfen. Okay. Und es sieht für mich gerade echt gar nicht gut aus. Imp ist gestorben. Nice. Immerhin Imp. Magier ist auch noch gestorben. Irgendwo werden Leute gekillt. Jetzt ist die Frage, was ist nicht hier? Keine gute Idee. Aua. Der da. Ja. So, laden wir. Wo war denn der jetzt? Ab jetzt können wir vielleicht den bekämpfen. Da ist er. Das ist doch keine gute Idee. Was wir hier jetzt machen. So, kann ich hier Rest machen? Toll. Ich kann hier kein Rest. Wie bekämpfe ich den dann jetzt? Kann ich hier vielleicht Rest? Ach, nö. Der hat mich erwischt. Wie kann ich den, wie kann ich den bekämpfen? Ja, ich, ich merke es. Es ist ineffektiv, was ich hier mache. Wie kriegen wir das jetzt hin? Vielleicht muss ich da hinten hin rum. Oh. Kann ich hier mich verstecken? Ähm, nein. Ich habe für dich keine Zeit. Ähm. Vielleicht hier rum. In der Hoffnung, dass der mich nicht sieht. Was auch immer das für ein Flugviech ist. Hier hinter vielleicht so verstecken. Ähm. So, und dann Rest. Ja. Können wir das hier machen? Ja. Es funktioniert. Es funktioniert. Ha. Nice. Und. Wir sind aufgeskillt. Nice. Ähm. So. Ich würde sagen, hier. Agility machen wir auf jeden Fall ein bisschen was. Hier nochmal einen. Und Endurance machen wir nochmal einen. Fertig. Nice. Hier konnten wir jetzt uns. Oh. Wir sind aber immer noch nicht fully gehealt. Vielleicht nochmal. So. Nice. Es hat uns schon was gebracht, hier hinter uns zu verstecken. Nice. Aber gegen dieses eine Fähig werden wir wahrscheinlich nicht klarkommen. Wir wollen aber, dass den hier. Alter. Wir hätten speichern sollen, ne? Wir hätten vielleicht speichern sollen. Aber wir versuchen das noch einmal. So. Und dann Rest. Vielleicht den da hinten. Oh. Wir können geduckt rennen. Okay. Und jetzt hier. Ja. Attil fully healed. Ach nein. Ah ja. Jetzt haben wir fünf. Nice. Nice. Dann machen wir hier so. Nein. Wir wollten hier nur zwei. Hier machen wir nochmal zwei. Und dann machen wir hier nochmal einen. Oder vielleicht Speed, würde ich sagen. Wo sind sie? Autsch. Komm. Geh doch drauf. Kampfsystem ist super. Hat das schon mal jemand gesagt? Wie super das Kampfsystem ist? So. Dann können wir jetzt nochmal ein Savegame machen auf die vier. Ja. Und nochmal versuchen zu resten. So. Ich bin vollständig geheilt. Und jetzt nochmal ein Savegame auf die vier. Ja. Und dann wollen wir den da jetzt mal schaffen. Autsch. Okay. Der ist schon stärker als ich erwartet hatte. Was ist denn das genau für ein Gegner? Imp ist gestorben. Schön. Ah. Okay. Autsch. Ich glaube, ich habe schon gerafft, wie wir das machen. Und zum Glück haben wir das gerade hier noch gespeichert gehabt. Wir müssen dem auf jeden Fall ausweichen, was der da schießt. Hä? Wo ist denn der? Okay. Der hat sich da oben festgebacken. Okay. Ja. So, you have killed the Orc-Shaman. Nice. Das hat er hier. Okay, können wir das hier auch noch mitnehmen? Nee. Wir können nichts mehr mitnehmen, aber wir machen jetzt ein Save-Game. Ja. Und wir schauen mal, ob wir vielleicht den hier anziehen können. Der ist noch besser. Nice. So. Hoppala. Wo waren das andere? Der gibt 13. Okay. Das ist Left-Pauldron. Wir brauchen Right-Pauldron. Der gibt nicht so viel. Wo waren der andere jetzt? Hier. Helm. 7. Auch 7. Der gibt 10. Der ist besser. Was ist damit? Kuras. Auch 3. Wo? Der gibt 7. Was ist damit? Der gibt 3. Der gibt 3. Der gibt 9. Was ist das? Der gibt 7. Der gibt 7. Die geben 13. Gibt es hier noch irgendwas? Wir haben hier Gauntlets. Fehlt uns noch. Aber wir haben hier keine Gauntlets. Das heißt, das ist alles andere, was wir hier haben, können wir verkaufen. So. Was haben wir hier eigentlich? Spellbook. Die Dinger können wir auch verkaufen. Bell. Potion of Slow Falling. Ingredients. Ich habe keine Ahnung, wofür die hier sind. Gar keine Ahnung. Gar kein Schimmer. So. Dann schauen wir mal, wo ist denn jetzt der Ausgang? Nochmal. Wie kommen wir zum Ausgang? Ist hier der Ausgang? Also der Weg raus. Auf der anderen Seite. Wir hatten doch gerade ein Save Game gemacht, oder? Ich glaube, wir gehen mal nochmal dahinter. So. Nein, falsch, Tastik. Wollte Rest machen. Until fully healed. You are healed. Und dann stehen wir mal wieder auf. Und dann suchen wir den Ausgang. So. Von hier kamen wir. Genau. Nein, an dir bin ich vorbei. Oh, den muss ich looten. Ich brauche so ein Gold und... Steel Graves. Ich habe hier aber auch Steel Graves. Okay. Nein, aus dem Weg. Und jetzt nochmal schauen. Von da kommen wir gerade. Wir müssen hier weiter nach oben. Hier durch. Und dann dort oben... ...den Ausgang suchen. So. Ich würde sagen, hier glaube ich. Hier nicht. So, wo ist denn der Ausgang? Nicht hier. Alter, was ist das für ein Irrgarten? Wir sind hier zumindest schon mal falsch. Oder? Hier gibt es zwar zwei Türen. Aber die bringen uns nicht hier hin, damit wir... Hä? Ich blicke hier gerade gar nicht durch. Da müssen wir hin, glaube ich. Hier müssen wir hin. Also, den ganzen Weg zurück. So. Und dann gibt es da noch einen Weg. Okay. So, dann... Nein. Aua. Hat weh getan. Was ist denn das überhaupt für ein Viech? Nein. Autsch. Tut mich nicht weh. Ich glaube, das war der Weg. So. Ja, das war der. Und jetzt hier müssen wir... ...nach... ...links. Und dann hier erst rechts. Ja, bitte. Kämpft ihr gegeneinander? Den Sorcerer lassen wir mal in Ruhr da drauf gehen. Ich glaube, hier sind wir falsch. Das war der komplette Weg falsch. Nein. Wir hätten hier reingemusst. Ach, nee. Toll. Im Kreis gelaufen, ne? Aber okay. Hier haben wir noch so einen. Iron Graves brauchen wir nicht. War das hier das? Ja. Das war der Weg. Ja. Hier sind wir. Okay. Der hat nichts. So. Dann müssten wir... Ah. Genau. Von hier müssten wir da... Iron. Genau. Hier rein. Und dann kommen wir hoch. Nein, aus dem Weg. Ich habe keine Zeit für dich. Ich muss hier raus. Wo ist denn hier bitte das Klo? Kann mir das einer bitte sagen? Ich suche die Toilette. Hallo. Helft mir doch. Ich muss aufs Klo. Bin ich hier richtig? Ja. Hier bin ich richtig. So. Dann machen wir zu. Und... Wir haben es geschafft. So. Hier machen wir jetzt ein Save Game auf die reguläre 1. Was war das denn jetzt für eine Musik? So. Was sagten die Questbook... Äh. Äh. Und... Dann gehen wir zu Gwynnyssa, Morsley's Palace in Merchester. Okay. Wo ist ein... Merchester? Ich hoffe, es ist hier irgendwo. Find... Mer... Kester. Da. Do you wish to travel to Merchester? Natürlich. Wir haben auch 622 Gold. Schaffen wir wohl. Sie kommen bei. So. Nice. Interessante Musik jetzt auch gerade. Du 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 du. Ist aber auch niemand da. Doch, da sind welche. So. Wir fragen die hier mal. Vielleicht mag sie mich. Hoffentlich mag sie mich. Äh. Regional. Äh. Nee. General. Palace. I don't think I want to tell you where to find the palace. Dankeschön. Dann suchen wir mal eine Wache. Eine Wache sagt uns bestimmt, äh, wo der Palast ist. Bist du eine Wache? Good day. Fand ich auf, dass da... Vielleicht müssen wir normal reden. General. Palace. Go north to... No east nor southwest with a bit of a walk. North. Danke. Norden. Das war falsch. Wir sind doch schon im Norden. Hat er mich angelogen? Oder ist es außerhalb? Ich glaube, der hat... mich angelogen. So. Äh. Kann die mir vielleicht sagen. General. Of course, I'll help you. I'll just... Just go south-west of here. Unless I am mistaken. South-west. Okay. South-west ist... Definitiv hilfreicher als... Red-Face-Karrier startles you with a cry of... Letter for Max Deus the Second. Hey, that must be you. Here, take this. Gotta go. Our deliver is to be made. Okay, äh... Wir haben einen Brief bekommen. Aber wir wollen erstmal die Quest hier abgeben. Und suchen dann jetzt ein Palast. Und... Wo ist denn das? Wir wollen die Quest wirklich jetzt abgeben. Ah, das sieht... Das sieht danach aus. Ja. Vielleicht ist das hier wirklich der Palast. Wenn ich wüsste, wo ist die... Hier ist ein Eingang. Locked. Das ist... Was ist denn das? Äh... Gute Dame. Äh... General... Palace? You will find it. Right here. You can see Palace on your map. Ah, nice. So. Das hier ist also der Palast. Aber wir können hier nicht rein. Okay, dann suchen wir uns mal eine Taverne. Damit wir pennen können. Oder kann ich hier einfach Rest machen? Äh... Until fully healed kommt. There are enemies nearby. Äh... Do you wish to surrender to the city guards? Yes! Was? You, Max, they are accused of the crime of vagrancy. If you pled not guilty and are found guilty, you will face 40 gold people. Ja, okay, komm. Heißt, dass die diese Musik auch noch wieder rein machen? Aber ich fand's jetzt scheiße, dass die, äh... Mich hier verhaftet haben. Ich wollte doch nur die Quest abgeben. Und dass die mich auch noch aus der Stadt geworfen haben. Warte mal, kriegen wir jetzt überhaupt noch die Quest? Hier steht aber nicht, bis zu welchem Datum wir Zeit haben. Welchen haben wir denn überhaupt? 22. auf Morningstar. Okay. Warte, wie spät? 11.41 Uhr. Ich wollte eigentlich hier nur ein bisschen stehen und so weiter. Und die verhaften mich einfach gleich. Das fand ich jetzt nicht so schön. Aber egal, da vorne ist ja schon... der Palast. Und dann geben wir da mal die schöne, nette Quest ab. Ah! Bist du die Questgeberin? Gwinnabir Greensmith? Wie heißen die, die wir suchen? Äh... Gwinnissa Morsleys. Okay, du bist das nicht. So, hier auch nicht. Das ist ein interessanter Palast. Bist du das? Kristen Herkhaus. Du bist das auch nicht. Ich such dich nicht. Vielleicht ist dich hier irgendwo. Ansonsten gehen wir gleich nach oben, wenn wir hier jetzt nicht finden. Bist du es? Greetings to you, Max. First raid job with that stinking rancid Shaman. How dare they set up one of their cannibal temples in my land. The leaderless rebel should be easier to deal with now. Here's your 194 gold pieces. Go wild. Nice. Pick how many items. Was? 1, 9, 4. So viele. Warte mal. Ich kann nur so viele nehmen. Dann ist Inventar voll. Ah, okay. Deswegen gibt es dann auch Banken. Weil ansonsten haben wir zu viel Gold auf Tasche, weil Gold wiegt. 0,23 Kilogramm wiegt eine Goldmünze. Ah, okay. Ich verstehe. Deswegen brauchen wir Banken. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge suchen wir uns mal eine Bank auf. Aber ich würde sagen, in Daggerfall suchen wir die auf. In der Hauptstadt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Und jetzt bin's, euer Max Deus. Untertitelung des ZDF, 2020